Einfach mal, äh, bei einer Verwarnung. Okay, dankeschön. Soll ich den jetzt einfach hier dingsen? Ich weiß nicht. Ein bisschen grober durchgreifen. Okay, alles klar. Mach einfach. Ja, mach mal. Ich weiß nicht, ey. Dolby kommen, damit du dich nicht, damit du keine Angst hast. Der läuft jetzt schon weg. Ich weiß nicht, ich hab keine Angst, ich weiß nicht. Ich verfolge den einfach mal. Gucken, wo er hinfährt. Naja, man muss auch sagen, es ist auch Cavala, oder? Nee, nicht mehr. Ja, eben, ich bin rausgefahren aus Cavala. Der fährt jetzt zurück, glaube ich, nach Cavala. Dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Ich weiß, ich war gerade so pussy, ey. Äh, da fliegt gerade ein Aving world. Irgendwo zum HQ oder so. Outsider, warte mal auf mich. Ja, 135.000, ne? Warte mal auf mich. Und ihr sagtet, das wird alles resetet. Was willst du, hab ich gesagt? I, 135.000. Achso, lol. 400 mal lol. Bullen waren halt gerade auch gut mit uns beschäftigt, ne? Da hatten die gute Zeit. Aber war, glaube ich, mehr Bullen bei uns, wie bei Gefängnis, ey. In Banken warfrau, meinst du? Naja, meinst du. Aber im Gefängnis war ja keiner. Ich hab gesagt. Ich hab' noch ne Cavala. Ich hab' jetzt mal noch 10 Minuten Cavala da. Das ist mal die Polizei, Alter. Hier kriegt grad voll die Action in Cavala. Voll viele Bullen. Soll ich gleich mal ein Bullen schwarzschreiben, ob er mal hier kommen könnte und mein, äh, irgendwie was, mein Fahrzeug reparieren. Das war ein Pfirsichfeld oder so. Ja, frag mal. Dann. Was ist das hier denn? Könnte was machen. Ja, dann sagt er bestimmt, er ruft den Lieferdienst an. Oh Mann, ey. Was mach' ich denn jetzt? Ich bin so, so, keine Ahnung, so allein gelassen. Ich steig hier erstmal aus. Das sieht so komisch aus. Frag nochmal. Ne. Ähm, mal eine Frage. Ja? Ähm, Sie hatten doch mit Sicherheit, äh, in, in der Schu... Was, ja? Warte mal, ne, ich reklage. Sie hatten doch mit Sicherheit in der Schule doll. Come on! Jaaa. Ja, gut. Da war ja mit Sicherheit auch mehr drin, wie, äh, klatschen und panzen, oder? Klatschen und wie bitte? Seven! Four back! Ja, gibt einige. Gucken Sie mal hier. Ja, bitte? Parkplatz steht hier. Kön-kön-können... Jetzt weiß ich, wieso, wieso hier Yulo heißt. Weil wir so lausen? Ach, Polizei steht da uns. Können wir ja gar nicht lesen, ey. Outsider kannst du umdrehen, ich kann mein Auto, glaube ich, nicht fuhren wollen. Alles klar, das habe ich nicht gesehen. Weil, ihr wisst ja noch die Aktion im, im Gefängnis, wo ihr euch selbst in die Luft gesprengt habt. Ihr seid einfach... Okay, alles klar. Mach ich sofort. Der war richtig schlecht. Ich habe mich gerade auf den Polizeiparkplatz gestellt. Oh, Entschuldigung. Ich wüsste gar nicht, dass das vorne dran Polizeiparkplätze sind. Ich habe mich da sofort hingestellt, auf einmal kommt der da, fragt mich so, hat sie in der Schule auch Deutsch? Ich habe so schlechte Grafik, dass man es gar nicht lesen kann bei mir. Das ist das Problem. Ja, die Kost verziehen sich jetzt alle ins HQ. Wieso auch immer. Wahrscheinlich, weil sie Aufnahme stopp machen wollen. Das ist sehr langweiler. Jetzt bin ich bei Wi-Fi mal ein bisschen wichtiger, das finde ich lustig. Die vollen gucke ich mir doch mal an. Zubehör, Ostolos, hier, mal Kleidungsdaten. Ich shoppe noch ein bisschen Klamotten. Wenn er, wenn er schlau wäre, hätte er mal auf die Freihandsliste gucken können, weil da stehe ich auf der Autoknacken drin, aber naja. I'm just saying. I know about polizeistuffs and things. Schade. Aufgesperrt. Ich kann die Karre nicht. Ich habe mir ein SUV geknackt, aber da kommt immer nur aufgeschlossen, aufgeschlossen. Irgendwie backt das ein. Richtig blöd. Oh, ich geh noch ein paar physische Formen. Wenn du irgendwie im Kopf erwischt, so außerhalb von Kamerl, schlag den Idiot. Wir sind sofort da. Jupps, wir sind gleich da. Wir sind gerade eins HQ gefahren. Die machen jetzt auch schon wieder eine Aufnahme. Stopp. Ja. Schade. Ja. Naja, es wird sich auch nicht mehr auszahlen jetzt die letzten 10 Minuten. Glaub ich auch, Mensch. Ja, ich geh physische Formen. Ich brauch Geld. Ich hab ein marginäres Ticket für heute. Brems. So. Ist klar. Physische pflücken. Yeah. Krass. Du machst sogar Geräusche, wenn man physische pflückt. Krasser Scheiße. Ich hab noch nie gehört, dass es solche Geräusche macht, wenn man physische vom Baum aufhebt. Oder abpflückt. Oder vom Boden aufhebt. Ich höre auf jeden Fall mein Heli. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Mal map, map, ist auch nix. Das ist verrückt. Was seid ihr jetzt? Was macht ihr jetzt? Wir kommen grad zu dir. Genau, wir sind gleich da. Ups. Läufbar. Ja. Ich hab schon 36 Pfirsiche. Was habt ihr? Wir haben einen Ifrit, Waffen, Ausrüstung. Das ist auch ne Waffe. Aber daraus hast du ne Strohhut und ne Fliegerbrille. Du kannst gar nix. Okay. Ich werf meine Fliegerbrille auf die Straße, dann seh ich nochmal die Reifen von deinem Ifritblatt. Dann packe ich meinen Strohhut aus, werfen die ans Gesicht, dann mit deinem Hals abgehackt. Willst du Strohhut Ruffy, ne? Was? Ja, stimmt. Du kennst ja keine One Piece. Ne. Also ich kenn's, aber ich hab's nicht geguckt. Outsider, hast du schon mal One Piece geguckt? Mhm. Guckst du generell Animes oder nicht so gerne? Ne, nicht wirklich. Ne, Mrs. Lucas guckt's gerne und eigentlich alle meine Freunde, aber ich nicht wirklich. Boah, ich liebe Animes. Meine Freunde murren mich auch jedes Mal zu, sie möchten unbedingt Melonenbrötchen endlich mal kosten. Oder was? Melonenbrötchen. Was ist denn Melonenbrötchen? Ja, was weiß ich. Wo ist denn Melonenbrötchen? Kommt anscheinend oft genug vor in solchen Animes. Weiß ich nicht. Aber nicht wirklich. Weiß ich nicht. Ich mag das nicht so. Waaah, da Melonen. Waaah, da Melonen. Man muss halt gucken, welchen Anime man sich anguckt. Man, das ist eigentlich echt witzig. Viele denken halt auch, zeichenträg, da bin ich raus oder so. Aber das ist halt, zum Beispiel bei Death Note oder One Piece und sowas. One Piece ist halt noch so ein... Ja, keine Ahnung. Die deutsche Version ist halt so Kinderkacke, aber... Die Kollegen. Die Kollegen. Hände hoch. Überfall. Hände hoch. Überfall. Hände hoch. 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 ja finde ich nicht gut das finde ich nicht gut ich habe jetzt gar nichts mehr im rucksack das ist in ruhe das habe ich noch halt alles rausgenommen ob das auf uns aufmerksam macht er funktioniert ja so ich will mein geld wieder zurück haben ja toll schön gemacht für mich ist so viel geld dabei ja weiß ich auch nicht weg hier schnell ich hab so viel geld da steht ein offroader den habe ich bis gerade eben gar nicht oh gott schießt halt gib mir mein geld wieder mein geld gib mir mein geld wieder mein geld mein geld mein geld betrifft nicht mach mal auf mein geld jetzt eine strafe nur schade dass ich schneller bin nicht selbstbehandlung nein mein geld du hast angefangen gerade ist mein geld wie ist mein geld was denn ja wirst du einfach sehen mein geld letzte action in den letzten fünf minuten gibt es jetzt noch action freunde ja man wenn wir keine action kriegen machen wir uns halt action jetzt werde ich dann wieder von viper angehalten weil ich diese schnellfahrer schein töten wir uns selbst also in der kopf packt sie darf ich ja nicht parken ich weiß warum so viele kopf packt aber da ist jemand wer ist das der tt da durch guten tag der herr jetzt kommen die rebellen die schlimmen bösen rebellen oh ganz böse böser rappel selbst selbst so spannend das heißt aber auch total wir sind wir sind die antikuschel einheit wir sind gegen kuschel wir haben dieselbe oma gegen kuschel ah ok da sind wir hart drauf ja genau wir sind man ey was habt ihr denn gegen mich die knieken boys haben sich evolutioniert zu den harten brutalo boys wir sind jetzt die harten gangster im kiez das lasst mich mal in ruhe das war der herrschung jetzt an dem boden liegt ah Junge sehr viel spaß dabei ich hätte ach ne guck mal ey das muss man lauter machen die jungs sind kiez kröpter die arme irgendwann sind die armbach laufen ja hoff ich ja ja jetzt hör doch mal auf ey sehr interessant wenn ich den boden angucke da steht fett safe zone ulo philipp hessen doesn't have any money wieso wohl jetzt nicht mehr oh mann oh mann oh schade wo ist der outsider ich will dir einmal ins bein schießen bitte ja wollen wir jetzt aufnahm stopp machen wieso denn da haben wir drei Minuten da ist noch der Herr Dardosh und der Akrota da oh gott oh gott was tust du steht auf meinem park parkplatz der da hinten auch der grüne Leute wie er da rüber gesammt ist alter what the fuck guten abend der schminkt ja vorüber kann man ja auch springen dumm nee kann man nicht er steht auf meinem parkplatz ich darf das er steht auf meinem parkplatz ich darf das was abgeschlossen nö steig dir leichter lass dir jetzt alle einsteigen warte lass die einsteigen wo er das drinnen oder das ja einer ist drin ja au ab warte noch ein zweiter ich will noch ein zweiter einer geht da einer geht da rein einer geht da rein jetzt stehen wir hier steh'n wir hier steh'n wir noch mit rein schauen uns nen schönen Sternenhimmel an ein Partyzug hier hat sie wieder ausgestiegen passt auf ein Rebell Schiff die Schiffido ocean laufen und Schiffido das haben die voll von uns geklaut, ey, das haben wir auch bei uns Eee, das haben wir auch bei uns Eee, echt mal The fuck, wie behindert Das gibt es bei uns auch bald Echt? Ja, aber das sieht ja total banane aus Guck mal, kriegst du kein Schiff Guck mal, guck mal Du kannst dann so in Wetten, dass gleich über Autos springen Genau, und dann, ja, gut, lassen wir das Böse Witze Hab ich letztens schon irgendwas angesprochen? Oder irgendwo? Yeee, ich bin Wuh, ifri surfen Wui Komm nicht mehr runter Aua 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 Das ist der shit, ey Das sollte olympisch werden Sollen wir da ganz raus? Wieder raus Aua 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 Der Wahnsinn Mal auf Ify drauf springen und dann weg fahren Ja, komm Komm, mach das mal Oh Gott Oh Gott, lass mich runter, ich will nicht sterben Oh Gott, lass mich bitte erst runter Warte, warte, warte Oh Gott, ich bug die fest, warte mal Ey, die jetzt nicht fahren, ich sterb sonst So Okay, los geht's Nein, warte Warte, warte, warte Oh Gott Los, warte, was ist kaputt vor uns? Okay, jetzt Aua Ich rutsche, ich rutsche, gib Gas Jaaa Oh Gott Ich bin tot Mischen fällt Mischen fällt Mischen fällt Aber schießt da, was war los? Ich Ich hab geschossen Ich hab jetzt Kapuzen nur mehr schossen Hast du? Nö Schade Aber jetzt Oh Mann Jetzt hab ich ihn erschossen Steht er gar nicht Ich blieb mich nicht an Kavala 2, 5, 1 Awaiting Orders Durch Steh mal um, warte Mensch Lass mich da Sacker putzen, er soll umstehen Sag ich mir soll umstehen Tschüss den Kavala Huka den Kavala Abschott Sag ich mir soll umstehen Umstehen? Ja Wie umstehen? Ja, willst du schon sehen? Oh Gott Was war das jetzt? Ich hab Kapuzen Was? Was geht denn hier ab ey? Ich mein, mein Abgang war ja schon irgendwie lustig, aber was ist denn jetzt kaputt? Ja Ja, er hat den Wacken gedreht Und dann ist der explodiert Kapuzenwurm stand zu nah dran, ich war nur einen Meter weiter entfernt und der Kapuzenwurm still Boah, da war das schön Explosionen Kavala Oh 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 Der Geist des Kapuzenwurms, rettet euch, rettet euch Da hinten ist ein Lili Ich sag's euch gleich, da hinten kommt ein Lili an Oh Gott, schnell weg hier! Fuck, fuck Oh, da steht er noch, aber ich glaub ich hab den Schlüssel nicht mehr, oder? Keine Ahnung Doch hab ich Oder reparierst du Hey reparier gradine Fahrzeug Das Lagerfeuer liid Das ALERGE EFT IDIET Das Lied geht noch viel schneller, denn если dann wird es zum HIIT Und singt es doch ganz einfach mit Baam, baam, bam, baam LERGE EFT DER LEED Keine Ahnung Darf ich K.VI Rausschießen? Nee Lass noch ma herkommen Baam. Baam, baam, baam Dann mach nur Lagerfeuer Diese Schuss-Simulation. Der geilste Kapuzenwurm ist ja erst zurück, oh mein Gott. Oh, das Lagerfeuer ist weg. Wir wollten gerade ein schönes Lagerfeuer-Lied singen, aber es war zu lang drin. Pass auf. Oh, was macht der denn? Mein schönes Auto. Mach kaputt, mach kaputt! Mach kaputt, mach kaputt! Das ist mein Auto. Oh. Kann ich schon wieder putzen um den Tod? Was macht ihr denn, ey? Oh man, ey. Wir fliegen doch raus, ey. Kann irgendjemand meinen E-Frit reparieren? Nein, ich hoffe nicht. Ich kenn euch nicht, ich war nie hier. Nein, ich hab kein Repacket mehr. Das ist immer noch irgendwo der Heliösen mehr. Ja, warum hab ich so viele Mal... Hast du noch einen Repacket? Ja, ja. Ja, hier ist sowieso ein Markt. Ich hab nur noch 32. Hier ist ein Markt. Der Heli ist grad gelandet, glaube ich. Oh, hier ist alles so verschwommen. Mark, 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 Mark. Mark, 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 Mark. Brille... Fliegerbrille... Brille viel, Mann! Nimm mal einen grünen Rucksack. Mal was Neues. Oh, ich hab heute irgendeine österreichische Werbung gesehen, aber ich... Das sind Cops, ne? Grad gelandet irgendwo, glaube ich. Äh, äh, das war doch... Das war doch KB. Ach so. Was? Was für eine Werbung? Ja, ich hab heute irgendwie eine österreichische Werbung gesehen und da wollte ich eigentlich fragen, ob du die kennst, aber ich hab schon wieder vergessen. Irgendwie so eine Brillenwerbung. Klingt irgendwie mit Haar an, der Typ. Äh... Meine Ahnung. Hoffmann, Hortmann oder so, oder Hoffmann oder so. Ah, Laura? Ja, genau, genau. Ja? Wer ist'n das? Ich dachte, war ich jetzt auch drin. Nein! Was machst du denn? Geh zu auf, Alter, sonst werden die echt noch rausgeschwissen. Die anderen nehmen am Bahnscheinend noch auf, ne? Was war an das grad? Irgendwer mit Waffe. Ja, da läuft einer. Ich steig aus, ich hab nichts mit dir zu tun. Ich hab nichts mit ihm 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 zu tun. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Gut, ich bring den Efrid zurück. Immer diese Rebellen, ey. Kommt hier? Abschottwerk. Na, Krota. Jetzt hab ich kein Auto mehr, weil außer dass er den Luft gesprengt hat. Das war Taya. Aber das mit der Polizei, das erkennt man wirklich erst richtig spät, ey. Erst wenn man draufzoomen oder so, da voll nah dran steht. Das Vehicle doesn't belong to you. Haben wir uns bei den Fahrzeugen irgendwann mal getäuscht? Ich weiß. Das kann gut sein, heh. Okay, gut. Ich geh jetzt da rein. Ja gut, aber ich glaub, wir können jetzt auch aufhören, oder? Ja, würd ich auch sagen. Gut. Alles klar. Kommst du noch zum Marktplatz, oder? Ne, ja. Ich fahr da jetzt hin einfach. Wir hören mal aufs Schießen hier. Gibt's Haken. Arbeit. Ist das wieder nur so eine Übergangsart der Server, oder? Ich glaub, wir bleiben jetzt. Wir bleiben hier, okay. Ich mein Schatz. Ja, aber ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass nächstes Mal ein bisschen mehr passiert. Ich hoffe, dass wir ein paar mehr als Zivilisten dazu bekommen. Ja, oder wenn irgendwas los ist, dass wir uns als COP einloggen, oder irgend so was. Dass wir als COP ein bisschen Unterstützung geben, oder keine Ahnung. Ja, mal, ich weiß nicht, die ganze Zeit als Rebell ist bestimmt cool, aber mal als COP hier aufm Server wär bestimmt auch ganz normal. Nee, ich komm auch drauf. Schnicken-Boys, Alter. Ja, gut. Das wär halt die Schnicken-Cops. Nein, das ist ja... Schnicken-Cops. Die Schnicken-Bullen, ne? Kann man auch SP behalten. Ah, hier ist ein COP übrigens, hier ist ein COP. Echt? Oh Gott! Ich bin nicht da! Mr. Shocked ist doch kein COP, oder? Doch, das ist ein COP. Okay. Bitte, da war ein schönes Auto. Ja, gut. Guten Tag, Herr Officer. Hallo. Bitte die Waffe wegstecken. Sie haben ein wunderschönes Auto. Sorry. Wir machen jetzt auch Schluss. Ähm... Ja, kommst du noch her? Abschluss? Ja, ich komm mal. Ja. Oh, es ist ja total egal. Ich mein, jetzt ist sowieso Aufnahmestoff. Okay, okay, dann... Ja, gut. Mr. Shocked wollen Sie auch dabei sein bei der Abmoderation? Anfänglich. Sie mögen uns wohl nicht. Gut. Dann nicht. Ich mag sie auch nicht mehr. Kein Problem, ciao. Hey. Hey. Wollt ihr auch mitmachen bei der Abmoderation? Ja, gerne. Aber ich hab gehört, ihr habt Interesse an einer Geisel. Nee, das... 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 Das jetzt rum. Ich... Ich verkauf Blumen. Vielleicht das nächste Mal. Ja, gut. Ich verkauf Blumen. By random. Ja. Okay. Ich glaub wir machen einfach die Abmoderation dieses Mal... Dieses Mal wieder auf dem Ifrit. Auf dem Ifrit. Aber das erste Mal eher. Okay. Huah. Los geht's. Gut. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Aaaaah. Tschüss. Okay, wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Und hoffentlich nächstes Mal mit mehr Action. Auf jeden Fall. Wir müssen da ein bisschen koordinierter... Weißt du ja. Weißt du Bescheid. Tschüss. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.